... vorbei ist sie, oder? Sie glauben nach mir. Ja, aber nie. Eine Frage. Können Sie sich an irgendwas erinnern, was Sie über ihn erzählen? Das ist immer auch wichtig. Ich versuch's ja. Ich glaube, sie sagte, er erstamme, er stamme auch von Vormorm. Seltsam, dass ihm das anfällt. Alles ist wichtig. Fängt ihm noch mal an? Sie sagte, er würde gut aussehen. Und er aufhörte sein, ein Himmelweiter unter sich, das nicht mehr. Jedenfalls anfangen. Dann wurde sie schwanger. Naja, aber das ging, weil ich von ihm erlaubt, eine Untersuchung. Dann machte er die Hölle, als weil sie mit ihrem Ehemann gestorben hatte. Sie sagte, das war das erste und das letzte Mal, dass er sie geschlagen hat. Und...